I.O. Hawk Sparrow ist der neue E-Scooter von dem Machern des originalen Hoverboards. Der elektrische City-Roller in Longboard-Größe schafft rasante 24 Stundenkilometer und ist ein cooler Extras wie großem Display, Lichtern und Unterbodenbeleuchtung ein echter Hingucker. Der 250 Watt Motor befindet sich im Vorderrad. Der Akku unter der Trittfläche. Rund 25 Kilometer sind als Reichweite angegeben, allerdings nur, wenn ihr durchschnittlich mit der Hälfte der Geschwindigkeit unterwegs seid. Nach ca. 20 Kilometern Scooterspaß braucht ihr aber wieder viel Geduld, denn die Ladezeit ist nicht gerade schnell. So müsst ihr gute 4 Stunden für einen vollen Akku einplanen. Auf dem großen beleuchteten Display seht ihr eure aktuelle Geschwindigkeit, den aktuell gewählten Fahrmodus und die Leiste oben zeigt den Akkustand. Durch ein doppeltes Klicken könnt ihr das helle Licht anschalten, damit ihr auch nachts sicher fahren könnt. Sonst leuchtet die Lampe in einer beliebigen Farbe, die ihr über die App einstellt. Damit ist auch die Unterbodenbeleuchtung konfigurierbar. So, genug von trockenen Hardware-Specs und Lichtspielereien. Jetzt zeige ich euch den Sparrow in Action. Einschalten und zum Losfahren schiebt ihr einmal kurz an und betätigt dann den Gashebel mit dem Daumen. Der I-Hawk Sparrow hat luftgefüllte 8 Zoll Reifen, das entspricht 20 Zentimetern Durchmesser. Damit sind auch Kieswege und Randsteine kein Problem. Per Bremsegel am Lenker betätet ihr die hintere Scheibenbremse, die nach meinem Geschmack aber gerne etwas besser greifen dürfte. Eine klassische Fußbremse, wie bei City-Rollern, gibt es hingegen nicht. Neben seinem modernen Design und seiner Größe, zeichnet sich der I-Hawk Sparrow auch durch seine coolen Extras aus. Für den Transport lassen sich die Griffe abschrauben und der Roller zusammenklappen. Höhenverstellbar ist der Lenker leider nicht. Für mich mit gut 1,85 Meter passt die Höhe aber noch ganz gut. Für einen Elektroscooter ist der I-Hawk Sparrow relativ günstig. Der Preis liegt bei ca. 550 Euro. Mit seinem Gewicht von 12,5 Kilo lässt er sich auch Treppenhoch tragen. Fahren mit leerem Akku macht aber keinen Spaß. Dass am Gewicht und auch am Geld gespart wurde, merkt man aber auch leider daran, dass vieles am Scooter aus Plastik ist. Es wackelt dann manchmal auch ein bisschen. Ich selbst und auch viele Kollegen finden den I-Hawk Sparrow sehr spaßig und nutze sich zugleich. Im Gegensatz zu vielen Fahrgadgets wie Hoverbots im Weg zwischen Inlineskates eignet er sich auch für längere Strecken in der Stadt als echte Fortbewegungsmöglichkeit. Er wäre sogar eine gute Alternative zum Fahrrad, Auto oder Motorroller, wenn er in Deutschland nicht noch verboten wäre. Zumindest auf öffentlichen Straßen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst uns wissen, was ihr vom nächsten Video wünscht. Uns würde natürlich auch interessieren, ob ihr euch den Roller kaufen würdet oder vielleicht auch nicht.